Das gibt's nur hier, nur bei Flat Out 2. Wir haben ein bisschen das Spielfeld verlassen hier. Hat euch ja gebeten, dass ihr... Jawohl, Alter, das geht ab. Und er fährt weiter. Das geht so ab, ey. Hui. Hui. Ich glaube, heute ist Bowling angesagt, hä? Heute Bowling mit dem Professor, der Bowling-Simulator. Und die Jungs in der Boxengasse machen sich bereit. Eine neue Motorhaube wird drangeschleppt hier. Und da dreht er sich voll geil, ultra, mega, digger. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Professors Anti-Relax-Sonntag. Und zunächst einmal, wir gehen heute in die Wüste. Und ich wollte einfach mal fragen, hat denn einer von euch gestern schon das 10-Abonnenten-Special gesehen von mir? Denn ein 10-Abonnenten-Special gab es, das lag schon eine Weile online. Weil ich dachte, vielleicht ist es ja irgendwann soweit. Hab's extra schön vorbereitet. Und dann war's endlich soweit. Hier seid ihr die Allerbesten, ey. Ich danke euch. Ja, dass ich das möglich machen konnte, dass es dann doch endlich 10 Abonnenten wurden hier. Das ist so stark. Ich muss erst mal hier ein Auto aussuchen. Ich hatte ja schon einen im Auge, so wie man so sagt. Hier, ich glaube, der Boxer war's, oder? Ich weiß gar nicht. Warte mal, warte mal. Wir sind in der Wüste. Ja, wir können's mal mit dem probieren. Also ich hatte jetzt so ein paar Autos freigefahren, oder... Warte mal, ganz hier hinten am Ende. Am Ende sind ja so viele Autos geworden mittlerweile hier. Oh, der Road King. Oh, guck mal hier. Der hat schlechtes Fahrverhalten, aber guck mal hier. Fahrverhalten 1. Aber hier, wir nehmen den einfach mal, oder? Doch, wir nehmen den. Der ist richtig schnell. Da kann man vielleicht ausgleichen, wenn er mal ab und zu mal abschmiert. Guckt euch mal diese geile Karre an hier. Die sehen immer so schön aus. Bis es dann auf der Strecke sind. Für 10 Sekunden. Wo wir wieder bei der Zahl 10 sind. Also es sind jetzt 11 Abonnenten. Wenn das immer noch stimmt. Und wer es noch nicht gesehen hat, jetzt... Go, go, go! Wer das Abonnentenspecial noch nicht gesehen hat, es ist ein ganz anderes Game. Oh, scheiße. Das hackt mich ja aus. Also ich glaube, den können wir vergessen. Wer das Böscher noch nicht gesehen hat, ich glaube, ich habe es hier im Video auch verlinkt, während ich dieses Auto schön auf die Seite lege. Der ist voll für die Katz. Aber vielleicht kriege ich ihn ein bisschen unter Kontrolle. Es ist ja so ein schönes Auto. Ja, aber wenn er so schwer zu steuern ist... Oh, geil. Ausgestiegen wieder hier. Guck mal hier. Wunderbar. Ja, hier. Die ganzen... Die ganzen Sitze fliegen hier durcheinander. Ist ja geil hier. Ne, den kannst du vergessen. Auf so einer Strecke. Also der kann es, glaube ich, eher auf so... Oh, du steigst ja nur aus hier. Oh. Das ist ja unglaublich schnell, aber... Ist ja unglaublich schnell kaputt. Also, das ist ja Wahnsinn. Oh, hier und zack hier. Guck dir das an. Oh, da war leider eine Kurve. Ja, wenn man nach hinten guckt, gell. Wisst ihr, wie das ist? Ja. Genau. Da fliegt der Kühlergrill weg hier. Dem brauchst du so kein Mensch mehr. Super. Oh, das geht ja ab hier. Super. Na, komm. Ja, man muss sich ein bisschen gewöhnen an das Auto hier. Wirklich. Vielleicht kann das ja noch was werden. Mit uns zwei hier. Ja, das ist geil hier. So ein Flugzeugfriedhof ist das ja hier. Na, komm. Wir probieren es doch mal, hä? Ah. Brutale Action hier. Denn es ist ja schließlich wieder nach 9 Uhr am Sonntag. Und da muss man einfach die Entspannung hier einfach mal... Äh. Zur Entspannung... Äh. Zur Verspannung umwandeln. Ja, ich bin total konzentriert hier. Oh, Platz 4. Gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, ja. Eigenlob stinkt hier, gell? Oh, da fliegen die Propeller auf der Rennstrecke rum. Das gibt es nur hier. Nur bei... Flat Out 2. Oh, wir haben ein bisschen das Spielfeld verlassen hier. Das Spielfeld. Ah, fliegen die Turbinen durch die Gegend. Die Flugzeugräder hier. Genau. Flugzeugräder-Fußball gibt es heute. Dein Professor. Wer mich überholt, wird bestraft. Nahenlos, ja. Ja, wie gesagt. Also dieses Special. Da geht es nicht um dieses Rennspiel. Da geht es auch nicht um Transport Fever 2. Da geht es um ein ganz anderes Spiel. Und das Special ist extrem lang. Also könnt ihr euch ein bisschen Zeit nehmen. Äh. Ich meine, ihr braucht ja auch nur ein bisschen zuhören vielleicht. Ab und zu mal gucken, was passiert. Ich dachte... Er läuft schon wieder in der Wüste rum. Ich dachte, vielleicht wäre es ganz interessant für euch, mal was ganz anderes zu sehen. Und für mich war das auch sehr interessant. Also ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Guckt einfach mal rein. Während ich versuche, dieses Auto mit extremen Heckantrieb irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Wo die Räder auch schon ganz komisch winken. Zack. Und da fielen die ganzen Bierkisten aus dem Kofferraum raus. Wer trinkt denn hier Bier hier? Was ist denn los mit euch? Hm? Scheiße. Also das Anfahren ist schon manchmal schwierig. Wenn man da lenken will dabei. Das ist bei Heckantrieb natürlich ganz klar. Die Karre ist auch fertig. So. Was ein Glück. Da haben wir das Rennen gleich gewonnen. Von daher ist das auch gar kein Problem. Der Professor sieht das total chillig und locker hier. Auch wenn das alles hier sehr, ähm, verstanden wird hier. Ja, genau hier. Ah, läuft schon wieder in der Wüste rum. Oh, shit. Ich dachte, ich könnte nochmal anstupsen. Anstupsen, ey. Oh, Gott. Das ist aber ein komisches Wort hier. Oh, oh. Die Karre macht auch komische Geräusche. Ich glaube, da ist jetzt der Ofen aus hier gleich. Also auf jeden Fall, äh, würde ich mich freuen, wenn auch du das Abonnetspecial dir anschaust und dir reinziehst hier. Auch wenn die Länge extrem wirkt. Die Zeit ist schneller rum, als man irgendwas sagen kann. So, da sind wir wieder raus. Ja, das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Wir gehen jetzt wieder in unseren Kanal. Und ich glaube, wir werden jetzt ein anderes Auto nehmen. Also Wasser, Kanal 2. Road King, naja. Speed Evil. Ja, der hat eine schlechtere Maximalgeschwindigkeit, aber der ist auch hier, ähm, ist auch Heckantrieb, aber geile Karre, oder? Hier, Wahnsinn. Was haben wir hier? Frontantrieb. Der Sunray, den habe ich auch freigefahren. Also diese Fahrzeuge sind alle jetzt freigefahren. Also von hinten ist dieses Auto optisch schon mal total für die Katz, finde ich. Sieht aus wie so ein, keine Ahnung. Aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt ja hier nicht auf, Äußerlichkeiten an. Oh. Aber ich wollte den eigentlich nur wegrabben, gell, aber ist okay. Kein Problem, ich passe mich an. Hauptsache Katys Kofferraum explodiert hier. Also optisch gefällt mir akustisch der Motor nicht. Irgendwie so richtig, aber so richtig ziehen tut er auch nicht. Oh. Oh mein Gott. So, nochmal was anderes. Und zwar geht es um den, ähm, Professors Antiolex Sonntag um 12 Uhr. Also ich habe mich schon entschlossen, dafür tatsächlich um 12 Uhr für euch etwas ganz anderes dann zu machen. Äh, bis jetzt habe ich da leider noch keine Idee. Hat euch ja gebeten, dass ihr, jawohl, Alter, das geht ab. Und er fährt weiter. Das geht so ab, ey. Eigentlich müssen wir uns die Wiederholung dann nochmal angucken. Auf jeden, auf jeden, Digga, yeah. Äh, nee, aber, äh, ich möchte gerne um 12 Uhr was anderes machen mit euch dann. Aber heute noch nicht. Wir werden heute um 12 Uhr noch einmal dieses Spiel sehen. Hm. Ja, der Punkt ist halt einfach, äh, es gibt ja auch zu wenig Rennstrecken und irgendwann, ja, ist es halt dann so, da muss man einfach mal was anderes sehen. Und, äh, das wird dann irgendwann in den nächsten... Ach, du Schande. Super, hängt mal an diesem Scheißplakat fest. Da könnte ich manchmal echt kotzen. Ganz ehrlich, Leute. Ja, aber, ne, jedenfalls der Punkt ist, äh, irgendwann hat man halt alles gesehen, mehr oder weniger. Obwohl wir ja hier mit den Strecken immer noch, äh, neue Strecken fahren, sag ich mal, die wir zusammen noch nicht gefahren haben. Aber hier werden wir auch immer wieder mal ein Ründchen fahren. Ja, jetzt legt mal das, das, den Besen ab hier. Ui, ui. Ich glaube, heute ist Bowling angesagt, hä? Heute Bowling. Mit dem Professor. Der Bowling-Simulator. Ja, gut. Hier ist schon alles sehr schrotet, wunderbar. Also hier muss man unbedingt aufpassen, dass man hier nicht an den Rand kommt. Sonst passiert, was wir uns noch vorhin gesehen haben. Bäm, Allah. Ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall in die Wiederholung nochmal reinschauen. Und, äh, vielleicht fällt euch ja doch noch was ein. Ein Spiel, was ganz gut zu diesem Format passt. Da will ich einfach mal so ein bisschen gucken, wenn ihr da eine tolle Idee habt. Dann würde ich mich da gerne drauf einlassen. Sofern das, äh, möglich ist, dass ich das hier überhaupt, äh, auf YouTube zeigen darf. Also das sind Sachen, die beleuchte ich ganz gerne. Und, tja. So ist es. Wunderbar. Dritter Platz. Gar nicht schlecht. Dafür, dass ich eigentlich gar nicht so konzentriert heute fahre. Ich meine, ähm, jemand, der so Videos aufgenommen hat und dabei, äh, versucht zu sprechen, das ist eine, ist schon eine Herausforderung. Ganz ehrlich. Aber, ich glaube, man kann sich auch ganz gut dran gewöhnen. Nur manchmal, äh, da fallen einem einfach auch die Worte nicht ein. Da ist man einfach wortlos glücklich. Man will was sagen, aber da fehlt das eine. Dieses eine Wort fehlt dann. So, jetzt nähern wir uns hier dem, dem Erstplatzierten hier. Und es platzt sein Kofferraum auf. Nein, tut's nicht. Haha, geil, ey. Was ne Action hier. Aber das Auto gefällt mir recht gut. Muss ich sagen, hier. Der macht sich ganz gut. Und ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie der heißt. Muss ich gleich nochmal gucken, wenn das Rennen vorbei ist, wie der heißt. Mit seinen Megasportzen, die er da hinten drin hat. So, aber, äh, vielleicht hat euch das Abonnenten-, 10-Abonnenten-Special ja gefallen. Vielleicht wollt ihr ja das um 12 Uhr sehen, am Sonntag. Nur, ich frag mich, wie ich das verpacken soll. Denn erstens mal, ähm, ich glaube, solche Videos würden zu lang werden. Ne, das kann man auch nicht jeden Sonntag machen. Also, ich kann euch sagen, ähm, was mein Computer angeht. Das Video ist ja recht lang. Das seht ihr ja, wenn er drauf geht. Ohne Scheiß. Das Video zu rendern, das hat so ungefähr 15 Stunden gedauert. 15 Stunden ungefähr. Ich hab jetzt nicht ganz nur auf die Uhr geguckt, aber... Ich hoffe, es sind auch keine Störungen drin oder so, weil ich möchte auch nicht jeden Tag so ein Video rendern müssen. Weil 15 Stunden für ein Video rendern, das ist schon absoluter Hammer, oder, Leute? Ja, normalerweise kann ich euch ja mal verraten. Und, wenn es so ein Video 20 Minuten dauert, ist das Rendern, äh, rendern dann 60 Minuten. Ja, dreimal so lang. Und hier, weil hier das Bild sich wahrscheinlich sehr schnell, sich das schnelle Bewegen vom Bild, nicht nur wahrscheinlich. Also, weil das Bild sich in diesem Spiel hier in Flat Out 2, Professor's Unrelax-Sonntag, weil das sich sehr schnell bewegt hier, ja? Und wir sind die Sieger, ja? Mal gucken, ob einer auf uns trifft. Ja, jedenfalls, der Punkt ist der, äh, hier bei, bei diesem Spiel hier, weil das Bild sich so schnell bewegt, dauert das Rendern hier viermal so lang. Das heißt, wenn da ein Video hier jetzt 20 Minuten ist, 20, 40, 80 Minuten. Oder bei einer Viertelstunde halt auch eine Stunde. So, viel Geräte, gar kein Sinn. Warte mal, eine Wiederholung wollte ich noch sehen. Da schauen wir jetzt mal rein, hier. Die ziehen wir uns jetzt mal rein. Denn, äh, da waren ja eben so ein paar geile Bilder. Und, ja, das ist schon... Ich muss immer wieder staunen. Ich muss unbedingt mal auf der Playstation, mal gucken, ob ich das Spiel auf der Playstation nochmal zum Laufen bringe, dass man da einfach mal reinschaut. Also, aufnehmen kann ich das leider nicht. Aber ich will einfach mal grafisch vergleichen, was sich da verändert hat, gell? Denn, äh, ich... Was war da los? Der ist doch voll gegen die Hand gefahren hier. Weg mit der Mutter, aber die braucht kein Mensch mehr. Ja, ist auch voll chillig, so ein Video nachzukommentieren. Was macht der denn da? Oh, da fährt er in den Kanal rein. Oh, Wandkontakt, Wandkontakt. Und die Jungs in der Boxengasse machen sich bereit. Eine neue Motorhaube wird ran geschleppt hier. Und da dreht er sich. Voll geil, Ultra, ey. Mega, Digga. So, also. Jetzt lasse ich euch mit den Bildern dann alleine. Beziehungsweise... Wir werden das Video heute an dieser Stelle auch schon beenden. Denn, äh, wie gesagt... Ja, es ist halt einfach so ein bisschen schon... Wir haben schon so viel gezockt, dieses Spiel. Und ich glaube, es ist an der Zeit, hier mal einen Umstieg zu planen. Wann das noch sein wird, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, wenn ich halt alles parat habe. Und das Spiel vor allem. Ich weiß ja noch gar nicht, welches. Ich würde auch gerne mal irgendein Game zocken, was ich noch nie gezockt habe. Wie gesagt, schauen wir mal. So, ihr könnt mir gerne ein Abo dalassen. Und gerne auch einen Daumen hoch geben. So, bis zum nächsten Mal hier. Bis um 12 Uhr. Viel mehr, gell? Also, viel Spaß noch auf YouTube. Geil, ey. Das wollte ich dann doch ganz gern noch weiterlaufen lassen, dass ihr das sehen könnt. Geil. Dieses Bowling durch die Luft. Bowling durch die Luft.